Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Wochenrückblickmal. Wieder mit meiner Wenigkeit, dem kleinen lieben Matzi. Ja, ihr seht diesmal, ich habe ein bisschen anderes Bild bekommen. Das liegt auch daran, dass ich euch noch was zeigen will. In dieser Woche hat sich ein bisschen was getan. Ja, dem anderen hat es vielleicht gemerkt, dass Kora ganz aktiv gewesen ist, aber dazu komme ich gleich noch. So, der Grund, warum ich dieses Bild hier im Vordergrund gerade momentan habe, hat eigentlich einen ganz anderen Grund. Normalerweise würde ich jetzt unsere Homepage sehen. Denn, ihr wisst, wir haben es gerade umgesucht gehabt und unser neuer Webmaster ist eifrig am Arbeiten. Und wir haben da, er hat dann ganz schön was zu tun gehabt mit uns und ist da mit allem noch nicht so ganz hundertprozentig zufrieden. Ähm, aber nichtsdestotrotz will ich euch jetzt hier quasi live und in Farbe die Premiere, wenn man so will, der neuen Homepage zeigen. Das sieht wie folgt aus. Bam! Natürlich unser Logo ist da, ein bisschen anders eingerundet. Was noch anders wird, ist noch dieses Bild hier, das kommt noch was anderes rein. Und die News werden noch ein bisschen überarbeitet. Da werde ich jetzt den nächsten Tag auch noch was reinschreiben oder einer von uns. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, sag ich euch gesagt, wir haben eine ganze Menge an die Woche hochgeladen. Es kamen eine ganze Menge an, ähm, an Golden Sun vor allen Dingen raus. Ähm, zu Golden Sun möchte ich folgendes sagen und zwar, Leute, dass dieses ältere Spiel so gut ankommt bei euch, freut uns persönlich total sehr. Ja, also Kora ist da sehr, mehrzhappy, der ist momentan sehr viel an, ähm, Kommentaren bearbeiten, beantworten und an, ähm, Abos, äh, checken und so weiter. Bla, laverkeks. Ähm, freut uns ruhig weiter so. Also, moi, gern, mal her damit. Wir freuen uns sogar. Ähm, ja, dann haben wir noch die beiden Zwergen weitergemacht, wobei wir bei den Zwergen gerade schon mal sind. ähm, da kommt auch noch wieder was, und zwar spätestens Sonntag müsste wirklich viel dran sein eigentlich, Montag, irgendwie sowas, keine Ahnung ähm, heute Abend auf dem Samstagabend, ähm, auf dem Nachmittag wahrscheinlich eher wird noch eine Folge von Assassin's Creed rauskommen, und zwar Folge 27 ähm zuviel ist ja schon mal gesagt, so wie so versprochen Verzeihung ähm, das kann ich gar nicht vermeiden, ähm, dann haben wir noch am, ähm, ihr seht ihn gerade schon unten im Plot wahrscheinlich ähm, haben wir noch ähm, was aufgenommen gehabt, und zwar am Montag noch, ähm, die Folge wurde Dienstag hochgeladen, und zwar haben wir am Dienstag das ähm, nächste Let's Talk mit dem Thema Animes, und über Animes ähm, wird Wolfie auch noch was, äh, nächste Woche auch noch was rausbringen er hat auch schon Ideen für wahrscheinlich angekündigt, und zwar ein ähm, Let's Watch oder so, wie ich weiß, ich habe keinen Fall, wie er es genannt hat, oder so ähm, dem wird es darum gehen, dass er so ein bisschen seine Animes, die er so gesehen hat und wahrscheinlich auch andere, die noch nicht so bekannt sind ähm, rezesieren wird und euch da so ein paar Inblicke geben wird ähm, in jeden Fall in diesem, ähm, ähm, Let's Talk About ging es halt um Animes und was wir so hatten, und ähm, Animes ist so ein riesengroßes Spektrum, was irgendwie echt, ähm, echt groß ist, riesen Spektrum ich würde mal sagen, gigantisch ähm, solltet ihr immer noch, ähm, selbst mal Themenvorschläge haben was wir vielleicht mal bequatschen sollen, denn ähm, seid ihr auch herzengelernt, schreibt uns einfach mal äh, eine Mail an uns an diegermannfilmeatweb.de wo ihr denn, ähm, schildert das Thema ihr mal kurz drüber diskutieren wollt mit uns, denn, ähm, seid dabei, natürlich sollt ihr euch mitreden, dann ist das selbstverständlich, ne? und dann haben wir ja noch, ähm, die Idee, dass wir ja noch ein bisschen was anderes machen können ich kann noch ein bisschen spoilern, und zwar wird dieses Monat, also in diesem Monat April, ebenfalls wieder ein Let's Game, äh, das ist ein volles Let's Game mal rausgeben, ähm, wieder lustigerweise mit mir, ich hab mir was ausgedacht was es ist, das verrate ich noch nicht aber jedenfalls wird es diesen Monat kommen, so viel ist auf jeden Fall versprochen, ganz fest und hoch und heilig und so, ne? Ja, ähm was war noch, ähm hm, 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 das sind die Punkte, die wir durch hatten das hatten wir durch, das hatten wir durch, ähm ach ja, genau ähm vor allem, wir danken euch einfach schon euch für alle Support, die wir bisher hatten, den, ähm die, dieses Hochladen von unseren Videos ist ja nun momentan echt ein bisschen ja, weniger geworden das liegt daran, wir haben uns ein bisschen, äh, vom Katschelp her ein bisschen überarbeiten müssen ähm, wir werden vielleicht auch nochmal die nächsten Tage, es uns zusammen ansetzen nochmal und dann vielleicht nochmal wirklich an einem Art Upload planen, das heißt also welcher von uns, wann, äh, ablädt äh, auch lädt und so ähm, aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, das werden wir dann die Tage noch lernen wir haben halt durch diesen Bruch, den wir quasi hatten, so ein bisschen, ähm, aufs Maul gekriegt und sind da so ein bisschen am Rudern gewesen, wie wir es hinkriegen könnten wir haben uns gefangen ihr habt uns unterstützt dabei, deswegen herzlichen Dank und, ähm, nur mal so als Tipp achtet mal darauf, wenn wir ein Special-Video raushauen dieses Special-Video könnte unter Umständen was für euch bringen, was es ist, das wird noch nicht verraten das ist noch alles noch ein bisschen, ähm, geheimliche Chemnerei, aber aufpassen lohnt sich zugucken lohnt sich deswegen guckt weiter unsere Videos äh, guckt auch andere Sachen von mir aus, das ist mir egal aber auf jeden Fall wir sehen uns, hören uns in den nächsten Videos im nächsten Let's Play im nächsten Video keine Ahnung was es ist bis dahin ciao euer Ratzi